Da wir zwei Knupfharmonikas gefunden haben, die gleich gestimmt sind, hat sich spontan ein Harmonika-Duo gebildet, das Sie jetzt hören werden. Und zwar die Frau Margrethe Wache und der Herr Johann Knipf. Und Sie werden uns die Lieder spielen, die Mutter ist das schönste Glück und steiglichte Perkener. Gute Unterhaltung. Gute Unterricht 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 Gute Unterricht